Der Start der 19. Bauersuchtfrau-Staffel dürfte kurz bevorstehen. Einen genauen Starttermin gibt es bislang jedoch noch nicht. Während die LandwirtInnen jährlich wechseln, blieb Moderatorin Inka Bause den Fans in den vergangenen 19 Jahren stets erhalten. Wie sie vor einiger Zeit in einer Facebook-Fragerunde verriet, war die Zeit für sie jedoch nicht immer leicht. Also, die ersten drei Jahre waren schon echt hart. Man hat mich eigentlich nur in Talkshows eingeladen, damit sie sich an mir abreagieren konnten und an den Bauern, so die 54-jährige Moderatorin Bigala berichtete. Außerdem äußerte sich Inka Bause nur positiv über den Sender RTL, dem sie viel zu verdanken habe. Gleichzeitig sei sie trotz Gegenwind immer stark geblieben und dachte nie darüber nach, den Moderationsjob an den Nagel zu hängen, weil ihr die Kuppelshow und der Sender viel ermöglicht haben. Die Leute kennen mich, die sprechen mich an, ich kann mir meine Musik leisten, mein Hobby, meine Leidenschaft – und das habe ich Bauer sucht Frau und RTL zu verdanken, erklärt die gebürtige Leipzigerin. 3. 3.